Hallo und herzlich willkommen beim Livestream von Intersportschrei auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim. Wir befinden uns in Woche 2 unseres Livestreams und zur Sicherheit von uns allen und im Kampf gegen Corona bleiben ja unsere Stores bis voraussichtlich 19.04. geschlossen. Aber wir haben eben diese Livestreams ins Leben gerufen, damit ihr informiert bleibt über unsere tolle Ware. Montags bis Freitags von 9 bis 14 Uhr sind wir telefonisch für dich erreichbar unter 07231 424590 oder dauerhaft per Mail unter info.schrei.de. Ganz langsam füllen wir auch unseren Online-Store unter hot-schrei.de findest du die Ware ebenso, die wir hier präsentieren. Jeden Tag von Montag bis Freitag haben wir also wieder unsere, auch in dieser Woche, wieder unsere Livestreams. Heute 10 Uhr und dann nachher nochmal 12 Uhr seht ihr Petra. Und jetzt im Moment zeigt sie uns das Thema Wanderschuhe. Hallo Petra. Hallo Doro. Hallo ihr draußen. Ich begrüße euch herzlich. Ich bin die Petra von Bergschwein. Ich betreue praktisch den Outdoor-Laden hier von uns und freue mich euch heute jetzt ein paar Wanderschuhe vorstellen zu können. Ich habe euch heute Schuhe mitgebracht, die ihr vielleicht hier vor der Haustür nutzen könnt, weil im Moment dürfen wir noch ein bisschen in die Natur raus, Gott sei Dank. Haben nicht die komplette Ausgangssperre und deswegen denke ich, werden vielleicht ein paar neue Schuhe ganz gut angebracht. Es sind Leichtwanderschuhe, sie sind für gut befestigte Wanderwege gedacht, so wie wir es jetzt hier auch in der Region haben. Es ist nichts für ins Gebirge zu gehen, sondern es sind einfach leichte Wanderschuhe. Und da möchte ich euch jetzt verschiedene Modelle einfach mal vorstellen. Wir haben jetzt hier vorne den Mammoth, den Sentis, der liegt bei 150 Euro. Ein sehr leichter Schuh, schön flexibel, trotzdem sehr verwindungssteif. Dieser Schuh, den gibt es für Herren und für Damen in diesen Farben, aber auch in ganz Schwarz. Das wäre der Sentis bei 150 Euro. Dann hätten wir hier den Waldfeier von Salewa, ein sehr schöner Schuh. Der hat jetzt ein bisschen mehr Festigkeit und ist ein bisschen verwindungssteifer. Könnte man jetzt auch sehr gut beim Radfahren nutzen. Auch aber trotzdem ein schöner leichter Schuh und ein bisschen pfiffig gemacht durch diese Farbspiele. Was dieser Schuh allerdings im Gegenzug zum Mammoth nicht hat, ist eine Gore-Tex-Membran. Also sprich, dieser Schuh ist nicht komplett wasserfest, aber hat dadurch ein bisschen mehr Atmungsaktivität, wie jetzt der Sentis. Dann hätten wir hier den Terex Swift von Adidas. Also ich habe vergessen, der Waldfeier liegt bei 160 Euro für Damen und für Herren. Dann hätten wir den Terex Swift von Adidas, auch mit Gore-Tex-Membran versehen, mit einem schönen Schnellschnürsystem, das man nicht mehr binden muss. Auch ein schöner leichter Schuh, auch ein bisschen verwindungssteifer, trotzdem sehr gut zum Abrollen gedacht. Gibt es auch für Herren und für Damen in diesen Farben und liegt bei 140 Euro. Dann hätten wir unser super Modell, unser meistverkauftester Schuh im Leichtwanderbereich, auch schön weich und so. Das ist der Gorgon von Lowa. Gibt es in schwarz und in blau, für Damen und für Herren. Liegt bei 150 Euro, hätte auch eine Gore-Tex-Membrane und ist auch sehr, sehr angenehm zu laufen. Wird auch sehr gern genommen, auch für Städtereisen, weil er unheimlich durchhalt auch sehr, sehr gut passt. Und vielen Leuten sehr gut passt. Dann muss ich mich jetzt mal bücken, weil jetzt habe ich euch nämlich noch ein paar Stiefelchen mitgebracht. Da hätte ich euch den Mammut, der heißt Nova mit, beziehungsweise Mercury mit. Das ist ein Leichtwanderstiefel mit einer Vibramsohle, sehr rutschfest, sehr abriebfest. Nubukleder, Außenmaterial, sehr angenehm auch zum Beispiel für hundegassige Menschen, die viel durch Feuchtigkeit laufen, weil wir den Schuh sehr gut pflegen können, mit Wachs und mit Spray. Somit hält er sehr viel Feuchtigkeit ab und bleibt auch schön geschmeidig. Der ist auch sehr, sehr leicht und halt sehr angenehm zu tragen. Hat auch keine Nähte, großartig. Ist auch zum Beispiel für Halux-Menschen, die einen Halux-Valgus haben, auch sehr angenehm vom Tragekomfort. Der liegt dann bei 180 Euro. Dann haben wir hier den Nova Inox. Ein sehr, sehr leichter, flexibler Schuh, auch mit Gore-Tex-Membran gedacht. Wirklich sehr, sehr angenehm, unheimlich leicht. Viele, die probieren, sagen immer, das ist wie ein Wohnzimmer, weil man reinschlupft und der sehr, sehr bequem ist. Und der liegt bei 190 Euro und ist aber wirklich unheimlich angenehm zu tragen. Gibt es auch für Herren und für Damen in diesen Farben. Und dann hätten wir noch einen ganz neuen Schuh, den Adidas hier. Das ist der Terex Folgian und der ist wirklich auch extrem leicht. Ist er jetzt so ein bisschen auch ein jüngeres Modell, bisschen sportiv, auch durch die etwas hochgelegene Sohle. Sehr, sehr schön weich, bequem, flexibel und halt auch unheimlich leicht vom Tragekomfort. Der liegt bei 160 Euro, hat auch eine Gore-Tex-Membran drin und ist wie gesagt super, super leicht. Ja, somit wäre jetzt eigentlich meine Vorstellungsrunde von den Schuhen natürlich mal erledigt. Wir haben natürlich viel, viel mehr Modelle noch hier im Store. Das habt ihr vielleicht beim Video im Rückwand gesehen, dass es noch mehr Modelle gibt. Ich werde vielleicht bei gegebener Zeit noch mal andere Modelle vorstellen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn euch was gefallen hat und ihr was bei uns bestellen würdet. Und viel Spaß damit draußen in der Natur zum Genießen. Dankeschön. Super, vielen Dank Petra für deine Informationen. Jetzt wissen wir also, was wir tun müssen, wenn wir raus wollen bei Wind und Wetter. Dankeschön. Ja, ihr könnt alles bei uns bestellen und zwar telefonisch unter 07231 424590 oder per Mail unter info.at.schrei.de Und wie gesagt, auch langsam wird unser Online-Store gefüllt mit den Produkten. Guckt einfach mal vorbei unter hot-schrei.de Ja, wir können die Ware natürlich nicht aus dem Store direkt rausgeben. Das heißt, ihr bekommt das Ganze kontaktlos geliefert. Und im Fall, dass ihr es zurückgeben wollt, liegt auch ein kostenfreies Retouren-Label für dich dabei. Du hast ein Rückgaberecht bis zum 30. April 2020. Und durch deinen Kauf sicherst du natürlich unsere Arbeitsplätze. Wir danken euch recht herzlich fürs Einschalten und hören und sehen uns dann wieder mit dem nächsten Livestream. Wir senden herzliche Grüße von der Wilferdinger Höhe in Pforzheim. Macht's gut, bis dann.